Du und Daddy, habt ihr Zwillings-Superkräfte? Was ist das? Was ist das? Was sind Zwillings-Superkräfte? Das ist etwas, das wir im Fernsehen gesehen haben. Manche Zwillinge haben seltsame Kräfte und spüren, wenn dem anderen was weh tut. Oh, sehr gut, ich kann das auch. Was? Wieso machst du sein Gesicht? Sag mir, dass du das nicht spürst. Ich hab's nicht gespürt. Schlag mal fest dazu. Noch ein bisschen fester. Nein, Jill, hör auf. Er scherzt nur. Was? Oh! Oh, K.O. Wie geht's? Alles okay? Ja, ja, mir geht's gut. Ich meine, er hat mich nicht voll erwischt. Hast du das gespürt, Daddy? Da hab ich sogar was gespürt. Ne Ladung Vaterstolz.